So, der Shop ist hier aktualisiert, ähm, sagen wir mal so, äh, der könnte sich ändern heute noch, weil es kommt ja heute noch ein Patch raus, und, ja, bis um 8 Uhr habt ihr noch Zeit, wer sich noch diese Dinge holen will, sich holen, das kann nämlich sein, dass sich das echt ändert, ja, dann gucken wir uns noch die anderen an, das sind Sachen, die waren schon alle drin, Hm, ja, schon was vergessen. Schön wäre eigentlich noch, wenn das schwarze in weiß wäre, und das weiß in schwarz, also das weiße ist schwarz, und das schwarz ist weiß, dann. Das wäre auch nice. Chrom ist auch wieder drin, war glaube ich auch schon lange Zeit nicht mehr drin. Und ich glaube, dieser harte Stahl-Jonesy fehlt noch, dass er wieder reinkommt. Fart-F-F-F-F-F-Fra-K-T-R-A-L-Punkt. Ewiger Nullpunkt ähnelt das. Sieht aber nicht so der Hit aus. Besonders für die Pistole sieht es nicht so nett aus. Anhalt. Jubelstimmung. Elektroschiff. Spare Ranger. HW? Danke noch, dass du mir den geschenkt hast. Ansonsten... Wie werde ich diesen Job? 12 von 10, eh. Ja, weil die Sachen, die waren schon sehr oft drin. Bis auf eine Chrome. War jetzt lange Zeit, glaube ich, auch nicht drin. Aber es ist trotzdem alles, was man so hat.